Hallo und herzlich willkommen bei MusicStoreTV. Heute möchte ich ein neues und sehr interessantes Produkt aus unserer Professional Recording Abteilung vorstellen. Der A3X Studio Monitor ist der kleine mit dem großen Klang. Genau wie die anderen brandneuen Modelle der AX Reihe bietet er eine überragende Wandlertechnologie, die für einen sehr präzisen und kristallklaren Sound sorgt. Hergestellt werden sie übrigens in Berlin, in der Hauptstadt, also Qualität made in Germany. Angesiedelt sind diese A3X Studio Monitor im unteren Preissegment und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was man dafür geboten bekommt. Der A3X Studio Monitor ist ausgestattet mit X-Art Hochtönern und Carbon Tiefmitteltönern. Die Verstärkerleistung beträgt 2x25 Watt. Auf der Front gibt es einen Lautstärkeregler mit Stereolink und ein Hochtonregler ist ebenfalls vorhanden. XLR und Shinj Eingänge stehen zur Verfügung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei MusicStore TV. Das war's für heute. Vielen Dank.